Der Zahnarzt selber muss die ganzen, es ging ja bei mir auch um eine Brücke, der muss das alles in ein Labor schicken, wir müssen es machen, wir müssen es zurückschicken, es muss angefasst werden. Der Zeitraum geht auf Wochen hinaus und hier ist es wirklich in zwei Tagen an den Licht worden. Zwei Tage ist enorm schnell.